Heute geht es um einen extrem spannenden Fall, den ich euch hier mal schildern möchte und an dem ich exemplarisch euch zum einen zeigen will, was in vielen Bereichen im Gesundheitswesen schief läuft und wie man sich als Arbeitnehmer da verhalten kann, darf, muss und auf keinen Fall verhalten sollte, welche Fehler man als Arbeitnehmer auf keinen Fall machen sollte. Ich zeige euch aber auch, wie das für einen Arbeitgeber schief gehen kann, wenn er hier sich so verhält, wie das leider in dem Bereich aus Kostengründen viele, viele Arbeitgeber machen. Wir nehmen einen Fall aus der Presse, der erstmal natürlich für Schlagzeilen gesorgt hat, das wird man sofort verstehen, wenn man hier die Schlagzeile liest. SWR aktuell, 19.05.2023, Reinigungskraft half bei OP an Mainzer Unimedizin, Arzt entlassen. Das war jetzt mal, hola, ja, also die Reinigungskräfte sind da jetzt also an der Operation beteiligt gewesen und den Bericht kurz zusammengefasst, der Teil, der uns jetzt interessiert, uns geht es jetzt nicht um diesen Einzelfall, ja, obwohl der, glaube ich, sehr, sehr plakativ ist. Ja, mir geht es darum zu sagen, wie verhalte ich mich denn als Reinigungskraft, als Arzt, wäre da was wie falsch gemacht, mal abstrakt gesehen, aber wir gucken, nehmen trotzdem den Fall, weil der passt da perfekt. Ja, es gibt also hier so einen Brandbrief von Chefärzten, die sagen, was da alles Schlimmes ist und in dem Zusammenhang auch einen Vorfall, ja, üblicherweise wird ja, Stichwort Whistleblower-Schutz in Deutschland, haben wir kein Vernünftigen, üblicherweise kommt ja vieles gar nicht raus, ja, dieser Nils Högl damals, der reihenweise Patienten umgebracht hat, ja, und da hat er mal noch gute Zeugnisse gekriegt, habe ich hier öfter schon mal ausgewertet unter dem Bereich, was läuft im Arbeitsrecht so falsch, ja. Ja, dieses Skandal und so weiter, du hast keine vernünftigen Whistleblower-Schutz, haben wir übrigens in Zukunft, glaube ich, auch nicht. Und dementsprechend hast du dann die Misere, weil Leute sich das schlichtweg nicht trauen, Sachen zu melden, ja. Hier gibt es jetzt aber nun Brandärzt von Brief von Chefärzten, Chefärzte sind ja dafür bekannt, dass sie auch einen entsprechenden breiten Rücken haben, ja. Und wenn das jetzt nur mehrere sind, viele sogar sind, ja, und die haben sich jetzt dieses Beispiel hier offensichtlich rausgepickt, eine Reinigungskraft wurde von einem Arzt als Assistenz bei einer Operation eingesetzt. Die Unimedizin hat den Vorfall inzwischen bestätigt und da ist Folgendes passiert, schon vor zweieinhalb Jahren, also erstmal, wenn es jetzt ans Licht kommt, schön, aber lange erstmal gar nichts ans Licht gekommen, ja. Vor zweieinhalb Jahren musste einem Patient ein C amputiert werden, zwei Chirurgen sollten die OP machen, waren dafür eingeteilt, wurden zu einem Notfall gerufen, kann immer mal passieren. Ein anderer Arzt ist eingesprungen, völlig okay noch, soweit, ja. Es ist ein Routine-Eingriff gewesen, naja, da kommen vom Sachverhalt vielleicht schon wieder ein paar Zweifel auf, wenn man sagt, wir hatten da zwei Chirurgen, jetzt macht es einen Arzt, ja. Warum haben wir jetzt, okay, sagen wir auch noch, na gut, kann ja sein, wissen wir auch nicht so genau, ja. Und die, so eine Operation, würden oft allein durchgeführt, könnte man sagen, naja, sagt jetzt vielleicht die Unimedizin, ja. Ob das stimmt, wissen wir jetzt nicht, aber bis dahin kann das alles so korrekt sein, ja. Und jetzt kommt aber auch der Teil, den man wirklich nicht mehr als korrekt bezeichnen kann, der zum Teil narkotisierte Patient ist unruhig geworden und deswegen hat der Arzt die Reinigungskraft angesprochen, die ihm bekannt gewesen sei. Er habe die Frau gefragt, ob sie bei der Amputation des Zehs das Bein des Patienten halten können, weil der unruhig war, ja. Und das hat die Reinigungskraft dann getan und sie hat ihm auch noch die OP-Instrumente angereicht. Also an der Stelle spätestens hat man natürlich doch erhebliche Zweifel, ob das so vernünftig ist, wenn sowas alleine durchgeführt wird. Denn offensichtlich ist es ja so, dass wenn jemand unruhig ist zumindest, dass es dann alleine nicht mehr so richtig geht. Weil wenn ihm sogar noch die OP-Instrumente reichen musste, würde man sich ja fragen, naja, warum konnte er die sich dann nicht selber nehmen, ja. Vielleicht geht das gar nicht so einfach. Und das ist eine ganz typische Geschichte, dass im Pflegebereich und auch im Gesundheitsbereich, ja, dass da zu wenig Personal vorhanden ist. Dafür können die Betreiber übrigens nichts, ja. Das ist durchaus ein politisches Problem, ja. Zu wenig Personal da und dann wird eben, ja, auf das zurückgegriffen, offensichtlich dann in Notsituationen, ja, was man, ähm, was man hat. Der Arzt wurde dann hier so gesagt, den hat man entlassen. Immer ganz wichtig für die Presse, dass man sagen kann, man hat ja was gemacht, der hat eine Abmahnung bekommen und dann wurde er entlassen, so. Also hört sich, nach dem Prozess sei er schließlich entlassen worden. Also das ist ja ein bisschen komisch und er kriegt eine Abmahnung und dann hat er dagegen wahrscheinlich geklagt, keine Mutmaßung von mir, ja, gegen die Abmahnung, ja. Und wieso wurde er dann entlassen? Naja, wir machen das ja auch oft so. Es gibt eine Abmahnung, wir klagen dagegen und holen eine fette Abfindung raus. Das kann man dann auch so schreiben, ja, in beider Sättchen, ne. Ich möchte doch wissen, was er gekriegt hat. Aber selbst wenn er nichts gekriegt hat, wer weiß, was es sonst irgendwie da für Druck gab. Die Frage ist doch hier aber, äh, trifft den Arzt eigentlich, äh, hat er eigentlich einen Arbeitspflichtenverstoß begangen? Und das wollen wir uns auch mal ein bisschen genauer angucken. Denn, äh, da müssen wir mal vielleicht was sagen. Er war ja offensichtlich gar nicht eingeteilt. Der hat das also übernommen. Gut, wenn er es übernimmt, muss er es korrekt machen. Okay, stellen wir uns mal vor, zwei Leute sollen operieren, jetzt ist plötzlich einer alleine da und soll da operieren. Und das macht er jetzt. Und jetzt gibt es eben einen unruhen Patienten. Jetzt entsteht eine neue Situation. Was hat er jetzt für Möglichkeiten? Ja, er muss, und das wird ja gar nicht gesagt, ne, er muss jetzt einen anderen Kollegen dazu rufen und eine Krankenschwester oder eine Hilfe oder sonst wen, der ihm da hilft. Und dann stellt sich für mich jetzt eine große Frage, konnte er das? War er so irre, dass er also ohne Not die Reinigungskraft gebeten hat? Oder was steckt er dahinter? Er war ja, er war ja in der OP. Ist das korrekt vom Arbeitgeber, so eine OP alleine durchführen zu lassen? Das würde mich interessieren, wenn ihr Ärzte seid, schreibt doch mal unten runter, anonym bitte, oder Schwestern, wie das bei euch läuft und ob das so geht. Ja, aber ich frage mich tatsächlich hier, wenn man das so liest und man als Jurist hört man ja viele Sachverhalte und ist ja gewöhnt, die auf, ich habe immer so einen innerlichen, permanenten Plausibilitätscheck, das ist auch manchmal lästig. Wenn mir irgendeiner eine schöne Geschichte erzählt, frage ich mich immer, ist das so, kann das so gewesen sein? Dabei erzähle ich selber immer die Geschichten ein bisschen interessanter, als sie wirklich waren. Ja, weil ich finde sonst das Leben zu langweilig ist, man muss schon die Geschichten ein bisschen so erzählen, dass sie auch spannend sind. Und ich selber aber bin immer sehr, mich stört das nicht, ich höre so eine Geschichte auch, wenn ich weiß, das ist nicht so 100 Prozent, aber ich habe immer so einen leisen Zweifel, ich frage mich immer, ist das possible? Ja, und manchmal, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt, Mandant, wenn ihr das seid zum Beispiel am Telefon, ja, ich sage da nichts. Ich darf euch glauben, von Gesetz wegen, aber ich denke mir meinen Teil. Das könnt ihr mir wiederum auch nicht verbieten, ja, und so ist das hier auch. Also ich denke mir meinen Teil hier, und der Teil wäre der, dass ich glaube, dass der Arzt ja einfach verpflichtet war, oder möglicherweise, sagen wir es so, verpflichtet war, die Reinigungskraft zu nehmen, weil niemand anders da war, und wenn er keinen genommen hätte, wäre es halt noch schlimmer gewesen. Und dann greift ja irgendwann der Grundsatz bei Gefahr im Verzug, der muss ja helfen, und der muss bestmöglich helfen. Und wenn bestmöglich ist, weil keine, vielleicht alle schon im Feierabend sind, oder alle bei diesem Notfall sind, ich habe niemand weiter, ich brauche aber jemanden, ja, dann die Reinigungskraft zu nehmen, schreibt mir was anderes. Aber das ist doch nicht falsch, da ist ja gar kein Problem dabei. Was soll man denn sonst machen, ja? Nehmen wir mal an, ich sage meinen Mitarbeitern, jetzt mal ein schönes Beispiel, ich sage meinen Mitarbeitern, ihr müsst alle Dokumente auf den Drucker ausdrucken und ans Gericht schicken. Jetzt mittlerweile haben wir BEA, aber sagen wir mal, vor BEA-Zeiten, ja. Und der Drucker geht nicht. Es gibt auch keine andere Möglichkeit. Es muss eine Beschwerde eingelegt werden, ist ein Satz, ich lege Beschwerde ein. Und der Mitarbeiter würde jetzt, weil Drucker nichts geht hier, ja, und die Frist läuft ab, jetzt würde der Mitarbeiter einen Zettel und einen Kugelschreiber nehmen und würde mit der Hand eine Beschwerde schreiben, den einen Satz aufschreiben, seine Unterschrift runter machen, ja, auf dem Briefpapier und würde die rausschicken. Dann hätte er natürlich einen Arbeitspflichtenverstoß begangen möglicherweise, ja, weil er soll ja nur auf dem Briefpapier mit dem Drucker gedruckt, schön ordentlich schreiben mit Seitenrand und so weiter. Corporate Design einhalten. Aber es wäre eigentlich kein Arbeitspflichtenverstoß, denn er hat in seiner Not das gemacht, was dringend notwendig war. Und er hat sich gesagt, was würde der Arbeitgeber wollen. Er würde wollen, dass die Frist eingehalten wird, um Schadensersatzforderungen abzuwehren. Und da wäre eben das Corporate Design vielleicht in dem Moment gar nicht so wichtig. Richtig. Wäre bei mir so. Ja, ich meine, das ist noch nie passiert, würde auch nicht passieren. Wir haben für solche Fälle Vorkehrungen, ja, wir haben noch externe Drucker, irgendwo wo man hingeht. Jetzt haben wir mittlerweile dieses BEA, dieses besondere elektronische Anwaltspostfach. Aber in diesem Fall, wenn das so war, wenn es also keine andere Möglichkeit gab, wenn das die Einzellmöglichkeit war, in dem Moment schnell zu agieren, während der OP sehe ich überhaupt keinen Pflichtenverstoß. Das heißt, die Abmahnung war unwirksam. Der Arzt hat dagegen geklagt und man hat ihm eine Abfindung gegeben und er ist gegangen. Für mich der plausibelste Verlauf, ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Ich will auch nichts behaupten, ja, aber ich kann euch eins sicher sagen aus meiner Erfahrung in diesen Bereichen, aus der Vertretung von vielen Arbeitnehmern in Pflege- und Gesundheitswesen, da passiert vieles, was wir als Patienten nicht gerne über uns ergehen lassen würden. Es passiert fast immer aus Kostendruck, der dann vom Arbeitgeber nach unten weitergegeben wird. Wenn du Fälle hast, schreib sie gerne in die Kommentare. Ich werde euch dann auch bei solchen Fällen, die ihr da schildert, immer mal sagen, wie ihr da am besten als Arbeitnehmer durchkommt. Ihr steht zwischen Baum und Borke. Wenn ihr da was falsch macht, lasst ihr den Patienten sterben, weil ihr keine Pflegekraft dazu holt und er verblutet da, weil er da rumschreit. Habt ihr ein Problem, wenn ihr die Pflege, die, 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 entschuldige Pflegekraft, die Reinigungskraft, holt ihr die Reinigungskraft dazu, habt ihr, wie ihr hier seht, offensichtlich auch ein Problem. Ja, das kann es nicht sein. Im Zweifel kann so eine Abwägung dem Arbeitnehmer gar nicht zugemutet werden. Der Arbeitgeber muss Sorge dafür tragen, dass solche Situationen gar nicht entstehen. Wenn sie aber entstehen, kann er nicht dem Arbeitnehmer daraus einen Strick drehen, dass der sich dann nicht optimal verhält.